was ist los mit der landwirtschaft in deutschland fahren wir die gegen die wand warum klagen die bauern ich habe mir ein video angeschaut mit anthony lee über seine berichte und ich war so fassungslos war so entsetzt dass ich mir gesagt habe den möchte ich als interviewpartner und heute ist er da anthony lee sie waren bundes bei der bundeswehr sie waren bei der polizei jetzt sind sie landwirt und sie sind einer der führenden köpfe bei der bauernbewegung lsv aber stellen sich doch selber vor ihnen gelingt das viel besser als mir ja erst mal vielen dank für die einde und ich freue mich sehr herr reitschuster ja mein name ist entweder ich bin 46 jahre alt verheiratet drei kinder bin wieder auf dem land 2010 aus berlin hier wieder aus land zurückgekehrt wo ich auch ursprünglich herkomme und bin dann über meine frau in die landwirtschaft oder zur landwirtschaft gekommen habe die ausbildung nachgeholt und bin entsetzt wie wir in diesem land mit der landwirtschaft umgehen mit der hand die uns füttert und deswegen ist auch diese bewegung lsv 2019 gegründet worden wir sind also massiv nach berlin gefahren mit 15.000 treckern an die 40.000 landwirte waren dort haben präsenz gezeigt aber wenn man ganz ehrlich ist ist es seitdem eher noch schlimmer geworden man will uns hier faktisch abschaffen und uns hier ersetzen und das ganze unter dem deckmantel des klimaschutzes und artenschutzes da werden wir vielleicht gar nicht mal darüber sprechen können was die bewegungen sind aber das ist der grund warum es uns gibt ja was sie erzählt haben das ist erschreckend und sie sagten es wirkt auf sie fast so als werde da ein krieg gegen die bauern geführt und als wolle man ein normales existieren der bauern unmöglich man vielleicht schildern sie das mal mit dem pflanzenschutz zum beispiel der verteufelt wird mit diesen ganzen still gelegt flächen die still gelegt werden müssen und dergleichen mehr also hanebüchen aber sie können es besser als ich erzählen ja das sind halt so viele stellschrauben vielleicht nur die wichtigsten eckdaten wir hören ja momentan von vielen politikern dass morgen die welt untergeht und aufgrund dessen versucht man ja so viel durchzudrücken also dass hier kein missverständnis aufkommt niemandem liegt mehr an artenschutz und umweltschutz als den landwirten selbst und keiner hat auch interesse seine böden zu vergiften oder was ähnliches weil wir in generationen denken ich kenne wirklich persönlich betriebe auch sitze auf einem betrieb der in sechster generation arbeitet ich kenne auch betriebe die sind nachweislich bis ins zwölfte dreizehnter jahrhundert nachzuverfolgen rückwärtig und das ist doch klar dass wir immer in generationen denken als landwirte und wir kein interesse daran haben irgendwie vergiftete produkte auf den markt zu bringen weil wir wissen ja auch die nimmt uns keine ab jetzt ist es aber so dass wir mit den gerade auch europa eben der timmermans ist aktuell ganz vorne dabei dass man mit dem green deal das nennt sich bei uns dann farm to fork strategie dass man drei drei dinge vielleicht merken man will also zehn prozent der gesamten europäischen agrarfläche also zehn prozent ganz europas komplett still legen im sinne des artenschutzes man will 25 prozent auf bio umstellen ja wie in deutschland herrösten möchte sogar 30 prozent auf bio umstellen grundsätzlich kein problem bio ist ist ein nischenprodukt was durchaus seine berechtigung hat völlig klar mein nachbar ist auch bioland wird nur das problem momentan wir sehen es anhand der inflation es kauft keiner mehr die ware weil sie einfach zu teuer ist und man muss auch ehrlicherweise sagen da müssen wir uns als gesellschaft auch in seine eigene nase packen am regal in die moral das sehen wir gerade massivst und die biobauern haben massive probleme ihre ware loszuwerden ja teilweise kommen die sogar auf den konventionellen markt um die ware überhaupt loszuwerden und kriegen dafür nicht viel weniger ein biobauer muss auch mehr geld verlösen weil er auch maximal 50 prozent ertrag hat im betreide anbau zum beispiel und deswegen ist es irre auf 25 prozent sogar bei uns auf 30 prozent zu gehen das regelt der markt und dann ist es noch das ganz schlimme punkt 3 bei der farm to fox strategie dass man 50 prozent unserer pflanzenschutzmittel wegnehmen möchte jetzt weiß ich ja dass es draußen immer so ankommt bei dem bei dem volksmund das sind alles pestizide die wollen es vergiften dann dürfen sie aber auch nicht mehr zum arzt gehen und sich medikamente verschreiben lassen weil wir setzen die nur ein um unsere pflanzen zu schützen vor krankheiten wir setzen nicht ein um mehr ertrag zu generieren was ich mal höre der ertrag kommt durch den dünger und durch vielleicht auch saaten züchtung was aber nicht durch die pflanzenschutzmittel wir sichern damit erträge ein paradebeispiel wie es nicht gehen darf ist sri lanka letztes jahr gab es massive unruhen die regierung wurde gestürzt der präsident musste aus dem land fliehen weil man 2019 gesagt hat wir verzichten komplett auf pflanzenschutzmittel und auf mineralischen dünger kunstdünger der erfolg der erfolg war missernte nach missernte hungersnöte ohne ende und wir sehen es aufgrund der geopolitischen lage dass es vollkommener irrsinn ist bei uns gerade in europa darauf zu verzichten und das ganze passierte und deckmantel des klima und artenschutzes jetzt muss jedem klar sein wenn wir hier fläche stilllegen ich bin eine ackerbauer also ich mache getreide wenn ich einen hektar hier stilllegen muss der woanders auf der welt mit dem faktor 3 wieder generiert werden das heißt also es ist zwar schön wenn wir hier uns hier im bulabü schaffen alles wunderbar ist man die wir sehen es ja gerade bei der atomkraftdebatte ist ja komplett lächerlich dass wir weiterhin atomstrom importieren holland plant gerade niederlande planen neue akw zu bauen und wir schaffen uns hier ab das ist irre und das passiert das war jetzt so ein ganz kleiner abgerüst das passiert aber im ganz großen stil mit auflagen mit mit gesetzes vorhaben die uns so einschränken dass wir auch gar keine unternehmer mehr sein dürfen und es wird ja vorgeschrieben was wir anzubauen haben von jemanden jemand am schreibtisch sagt den landwirten was er wo anzubauen hat so ist es inzwischen schon und nächstes jahr wird es noch viel schlimmer das heißt wir sind wir sind nur noch ausführende organe und sind nicht mehr die landwirte die auf ihren flächen genau wissen wie wir am besten dort wirtschaften können ich habe mich kürzlich mit einem unternehmer getroffen aus dem finanzbereich der älter ist schon und er sagte ihm macht keinen spaß mehr er sagte heute 40 prozent wenn nicht mehr seiner arbeitszeit hat er mit regulatorien mit bürokratie mit all diesen dingen zu tun die nicht mehr die eigentliche arbeit seien und als er angefangen hat sagte er waren das fünf prozent oder vielleicht zehn und diese regulierungswut sagte er die sei immens gibt es in der landwirtschaft auch solche probleme oder sind sie da relativ befreit davon ich glaube ich glaube wir sind da sogar führend ich habe das gerade schon mal versucht anzudeuten nächstes jahr wird es so sein mit der neuen gab reform also das ist also die agrarreform die gelaufen ist also wir werden uns wird ja vorgeworfen dass wir subventionen aus brüssel erhalten muss man wissen dass in agrar ausgleichszahlungen die seit anfang der 90er jahre gab damit wir auf dem weltmarkt bestehen können die werden immer 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 weiter zurückgeschraubt und ich sage es ihnen ganz ehrlich der einzige grund warum das ist ist dass man uns diktieren kann wie wir zu wirtschaften haben dass man uns unter kontrolle hat ich meine fragen fragen sie jeden landwirt draußen wir werden sanktioniert sobald irgendwas auch nicht ansatzweise läuft so wie es im sinne des des staates oder des gesetzgebers sein soll bei uns haben wir kontrollen ohne ende meine frau hat landwirtschaft studiert die sitzt mehr vorm schreibtisch als sie irgendwie draußen auf dem feld sein kann ich meine das ist doch nicht mehr normal dass es kontrollen gehen muss ist alles in ordnung aber mich ärgert sind wenn ich immer von politik höre und da mache ich alle parteien für verantwortlich alle regierungen die wir letzten 20 jahre hatten wer vom bürokratieabbau spricht der sagt die unwahrheit das ist das gab es noch nie ich weiß gar nicht es gibt es in keinem wirtschaftszweig glaube ich aber das schlimme halt bei uns in der landwirtschaft ist dass wir noch nicht mal an unseren produkten an so leistungen ein preisschild anhängen können weil wir müssen immer das was unser gegenüber ich sag mal hier gerade auch dass der mächtige das mächtige oligopol des lebensmitteleinzelhandels aldi edeka und co die diktieren ja wie es läuft was bezahlt wird und das schlimme an der ganzen nummer ist dass man uns hier ja ich sag mal wirklich ausnutzt und ich kann ihnen da beispiel erzählen erzählen aus dem obst oder gemüseanbau spargel anbauen erdbeeren wir haben es in diesem jahr gesehen auch kirschen in der erntezeit wo wir liefern müssen importiert der lebensmitteleinzelhandel aus aller welt kirschen aus der türkei erdbeeren aus spanien aus italien genau dann wenn wir liefern müssen und drückt uns in den preis und das ist einfach die unehrlichkeit bei diesen ja doch so angeblich netten kaufmännern da kann ich nur darüber lachen wenn ich das höre aber da könnte man uns helfen da können meine gesetzgeber der könnte auch barrieren stecken dass es zum beispiel auch im sinne des verbrauchers so ist dass man nur ware importiert innerhalb die also in die eu die auch unsere standards haben ich meine beim auto ist das vollkommen normal wenn der japaner der amerikaner autos importiert müssen die standards erfüllen das ist jedem klar die müssen verkehrssicher sein bei lebensmitteln gilt das einzige kriterium dass sie nicht gesundheitsgefährdend sein dürfen und ich finde das ist einfach viel zu wenig wir haben auflagen mit tierwohl mit umweltauflagen mit sozialstandards die gibt es in den ländern wo unsere ware herkommt überhaupt mindestlohn mindestlohn 12 euro gönne jedem das geld das ist aber gerade auch bei uns für die rubsanbauer ein massives problem weil wir das natürlich auf den preis aufschlagen müssten jetzt kommt aber dann die ware aus den marken staaten nehmen sie jetzt mal an hinbeeren da können sie gar nicht mithalten heidelbeeren wie wollen sie da mithalten aus ländern die nicht ansatzweise unsere standards haben beim tierwohl ist genau das gleiche also jeder land wird wir können alles umsetzen was politisch gefordert ist aber wir können doch nicht hier ich sag mal ein bullagü schaffen für die tiere was was ich meine gehen sie mal eine großstadt ich habe ja mal in berlin gearbeitet da wohnen ja leute teilweise in bedingungen so wohnen unsere tiere noch nicht mal aber wir können gerne für die tiere machen was politisch gefordert gefordert ist dann muss aber ich sag mal der andere der das liefert und was im regal liegt das produkt muss ja mindestens die gleichen standards haben sonst haben wir einen völlig verzerrten wettbewerb wir haben keine waffengleichheit in der landwirtschaft hier in deutschland und das ist selbst innerhalb der eu so geht es vielen landwirten an die existenz absolut absolut natürlich gibt es momentan auch bereiche wo man wo man auch geld verdient wir haben wir sind sehr volatil in unserem einkommen was wir generieren in der landwirtschaft aber wir haben allein in dem letzten jahr 2000 schweinemassbetriebe verloren weil jeder muss sich vorstellen jedes schwein was momentan den hof verlässt da legen sie pro schwein was sie abliefern als landwirte 45 bis 50 euro dabei also geht es gar nicht mehr um geld verdienen hier geht es einfach nur noch um das überleben zu sichern vom betrieb man zahlt drauf 45 euro oder habe ich das richtig verstanden auflegen was sie geben ja ja na klar das ist das ist leider in der gesellschaft überhaupt nicht angekommen und das liegt natürlich auch daran weil wir natürlich bei uns ist die ganze preistreiberei was energie aber auch futterkosten und sie haben es gerade gesagt lohnkosten die sind natürlich bei uns genauso gestiegen bei denen wie bei dem normalen bürger da draußen auch nur das problem ist wir generieren damit nicht mehr geld das kilo schwein kostet immer noch weit 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 unter zwei euro wir müssten aber für zwei euro 40 momentan für ein kilo schweinefleisch bekommen und das ist das problem und ich sage noch mal eins wir reden die ganze zeit von versorgungssicherheit von hohen energie und so oder wie knappe energie wir vergessen immer die wichtigste energie die wir jeden tag zu uns nehmen das sind nämlich lebensmittel wir sind auch aus sonne aus erde und aus der landwirtschaft entstanden und wenn wir das hier alles abschaffen und das passiert gerade also wir haben ein höfesterben selbst beim milchvieh betrieben obwohl die gerade an die 60 cent für eine für den liter milch bekommen da hätten wir vor zwei jahren luftsprünge gemacht sterben jeden tag jeden tag sechs bis sieben betriebe in deutschland und wenn das alles weg ist dann ist das genauso wie bei der kohle wo wir jetzt aus kohle ausstiegen wollten und versuchen gerade verzweifelt weil wir in der notlage sind verzweifelt die kohlekraftwerke wieder ans netz zu bringen die mitarbeiter sind gar nicht mehr da aber bei uns ist es so wenn ein landwirtschaftliche betrieb aufgibt ist der weg und gerade auch ich habe vor dem mast betrieben gesprochen also die schweine die ausgewachsen sind die dann halt verkauft werden viel schlimmer ist ja noch bei den sauen bei den sauen betrieben die sauen halten und ferkel erzeugen und ich sag mal die brauchen ja ungefähr grob kann man sich schätzen so schätzen anderthalb jahre bis da von der geburt bis zur mast ein ausgewachsenes schwein bis das dann auch fertig ist das heißt also wir können das nicht mal eben so wieder hochfahren abgesehen davon dass die betriebe ja gar nicht mehr da sind aber selbst wenn man es wollen würde und wir setzen diese versorgungssicherheit so dramatisch auf spiel und ich verstehe nicht dass die gesellschaft aber vor allem auch politik das überhaupt nicht auf dem schirm hat weil also man kann das alles ersetzen das geht alles aber wir sehen ja gerade bei trockenen perioden die wir auf der welt hatten argentinien brasilien die haben viel weniger geerntet als als eigentlich ja gedacht und haben dann auch export verbote erhoben oder indien indien exportiert normalerweise auch viel getreide hat es dann auch nicht mehr getan hat gesagt india first meine ich würde mir wünschen dass wir auch mal auf solche gedanken kommen bei uns in deutschland aber wir meinen dass alles im überfluss da ist mag ja auch sein dass wir dann mit viel geld was wir haben das kaufen können nur wir kaufen anderen etwas weg das vergessen wir auch und die ware die gerade so knapp ist wir sehen es aufgrund des ukraine krieges dass ein drittel des getreides aus russland und aus der ukraine momentan halt ich sag mal wenn es physisch da ist schwer aus der region rauskommen und gleichzeitig fahren wir hier alles runter legen beste beste böden still und das ist für mich einfach unverantwortlich was wir machen und wie gesagt mir fehlt die politische aber auch die gesellschaftliche debatte darüber was steckt denn dahinter in ihren augen ist es einfach unfähigkeit will man schaden oder was könnte das motiv sein ja wir haben ein gutes beispiel was gerade in holland passiert wir haben ja vom dreiviertel jahr massive proteste in holland gesehen die übrigens weitergehen man hat das bewusst aus den medien sehr geschickt rausgehalten was mich echt gewundert hat dass man das hinbekommen hat in holland ist es so dass der gesetzgeber wenigstens so ehrlich ist und sagt ein drittel der landwirte müssen weg die müssen einfach weg angeblich aufgrund von nitrat problem das ist gleiche das gleiche macht man bei uns auch man hat aber das muss man der hollandischen regierung wenigstens so gut erhalten man bietet den landwirten geld dafür dass sie betriebe aufgeben und wenn sie dann unterschreiben unterschrieben haben dass sie den betrieb aufgeben dafür geld kassieren müssen sie sich verpflichten nie wieder den beruf des landwirts auszuüben das ist schon wirklich wahnsinn und bei uns macht man das ganz still und heimlich wir haben bei uns dünnereform nach dünnereform das heißt wir dürfen weniger dünger ausbringen angeblich aufgrund von nitrat problem ich weiß ich kennen sie jemanden der an der nitrat vergiftung gestorben ist oder im krankenhaus liegt ist mir nicht bekannt im gleichen atemzug sagt unser ehemalige umweltministerin von schulze wir haben das beste trinkwasser der welt stimmt ja auch aber man glaubt uns immer vor dass wir fast sterben wenn wir unser wasser trinken weil die landwirte das das grundwasser vernichten das ganze fußt auf einer reform oder gesetze ein gesetzesvorhaben aus 2012 da musste jedes eu land die durchschnittswerte seiner brunnen also der trinkwasser qualität das haben auch alle getan außer deutschland deutschland hat nur die höchstwerte gemeldet und aufgrund dessen hat brüssel natürlich gesagt deutschland ihr habt eure hausaufgaben nicht gemacht und aufgrund dessen haben wir drei düngeverordnung und jetzt gerade aktuell noch mal eine extreme düngeverordnung und wir weisen überall rote gebiete aus in deutschland in diesen roten gebieten dürfen sie als landwirt die pflanze nur 20 prozent unter ihrem bedarf dünnen es muss natürlich jedem klar sein vergleichen mit ihren kindern wenn sie kleine kinder haben und geben denen nur 80 prozent ihres tagesbedarfs haben sie dann krankheiten wachstumsprobleme das haben wir ja auch das haben wir dann in den pflanzen in den pflanzen auch mal abgesehen davon dass wir die qualität im land hinbekommen wir waren dieses jahr zum ersten mal nicht in der lage brotbackfähigen weizen zu produzieren zumindest genug für unsere mühen und müssen was importieren wie gesagt keiner streitet ab kein politiker streitet ab dass es so ist dass wir wirklich nur die höchstwerte gemeldet haben deswegen verstehe ich gar nicht dass auch die neue regierung und ich habe das unter staatssekretärin von der nötze mir mal vor ein paar monaten in bonn auf einer demo gesagt melden sie doch einfach mal die echten werte dann hätten wir viele probleme in deutschland gelöst weil es ist jetzt so dass vor drei wochen erst neue gebiete ausgewiesen wurden allein in nordrhein-westfalen hat man nur 507.000 hektar also ein hektar sind 10.000 quadratmeter 507.000 hektar zusätzlich nur mal als rotes gebiet ausgewiesen das heißt wir werden dort überall viel weniger erträge haben viel schlechtere qualitäten haben und das ganze angeblich im sinne des umweltschutzes obwohl wir die problematik gar nicht haben und wenn wir sie haben spricht ja nichts dagegen kein land wird drückt sich davor sich zu beweisen und zu sagen okay wenn ihm übernachweis dass wir tatsächlich kausal sind dafür dass das nitrat zu hoch ist dann muss der land wird was machen drückt sich keiner vor politiker und die letzten jahre ich war ja bei gesprächen dabei hier in niedersachsen mit dem ministerium umwelt und landwirtschaftsministerium wir wollen einen verursacher prinzip haben aber momentan ist es so wir haben ein viel zu geringes messstellennetz in deutschland alle anderen haben viel viel besseres messstellennetz und jetzt stellen sich vor von der autobahnbrücke wird geblitzt der vor ihnen fährt viel zu schnell überholt sie mit 180 120 ist erlaubt und alle 20 autos um ihn herum werden auch geblitzt mit 180 obwohl die das gar nicht gefahren sind nur ein einziger und so ist es bei uns momentan auch sie haben einbrunnen der ist rot und in einem 20 kilometer radius müssen alle alle landwirte dort 20 prozent unter dem bedarf nötigen der pflanze so irre ist es das sind wie gesagt nur ein paar beispiele von dem wahnsinn von dem bürokratischen apparat der hier läuft und ihre frage war ja ist das absicht ja es ist absicht was wir mal bezwecken nun in holland schreiten viele gar nicht ab man braucht fläche die bevölkerung zahl wächst man braucht unbedingt fläche für industrie man braucht fläche für wohnungen und gerade in holland ist das sogar für mich sogar plausibel kleines land und bei uns ja man will hier ein buller beschaffen man will sie irgendwie aufgrund von ideologischen wahnsinn hier ja ein märchen märchen land schaffen und wo die produkte herkommen ist dann den politischen akteuren vollkommen egal ich sagte ja die kriterien gibt es nicht frau klöckner hat uns noch in ihrer amtzeit gesagt als wir dann völlig zu recht darauf hingewiesen haben ja aber unsere biodiversität hier ist dann vielleicht irgendwie ein bisschen besser wobei die ist schon echt gut und wenn man von artensterben spricht passiert das ja nicht bei uns man muss das ja ganze global sehen wenn der regenweil abgeholzt wird in brasilien ja na klar ist das schlecht für die umwelt na klar ist das schlecht für artenschutz da streitet doch niemand ab nur wir forcieren das ja wenn wir hier fläche still nehmen also unsere besten universitäten hier haben gesagt der green deal ist ein schlechter deal für den planeten wenn wir hier das umsetzen die drei punkte die vorhin erwähnt habe müssen wir acht millionen hektar still legen acht millionen und wir würden zusätzlich jedes jahr 50 millionen tonnen co2 äquivalent ausstoßen das heißt für das klima ist überhaupt nichts gewonnen für das atmen für das atemsterben ist gar nichts geworden im gegenteil wir forcieren das noch mal und deswegen wundert es mich auch dass alle anderen parteien die jetzt nicht grün sind diesen ganzen wahnsinn mitmachen das verstehe ich halt sie haben in einem anderen interview habe ich gehört haben sie gesagt die wollen uns zurückbringen in die zeit vor 100 jahren naja also wenn man ab und zu den grünen wirklich mal so zuhört wäre es den lieb wenn wir halt nicht mehr mit dem trecker flügen würden sondern wirklich mit den ochsen noch so im einschafflug und dann ja ich muss es mal wirklich so sagen es ist es ist abenteuerlich wenn ich auch von ich kann diesen begriff co2 neutral ja gar nicht hören ja also ich weiß gar nicht wie das gehen soll wir atmen jetzt wird unser gespräch stoßen wir co2 in die luft das ist nun mal so man wird man 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 lügt aber auch ich sag bewusst jetzt sofort lügen das sage ich nicht oft aber man lügt bewusst um den menschen auch einfach miss zu erzählen sie gucken sich mal eckart von hirschhausen in der sendung wissen vor acht an der dann davon berichtet dass unsere kühe das klima kaputt pupsen es ist nachweislich dass wir vor 100 150 jahren mehr wiederkäuer auf der welt hatten und das ist ein biogener kreislauf ob sie den verändern oder nicht das spielt überhaupt keine rolle da können sie gar nichts dran machen und 97 prozent des co2 ist nun mal natürlich und daran brauchen sie auch nicht angehen es ist durchaus richtig dass man halt aus der emission rauskommt was gas und öl angeht da spricht ja nichts dagegen da weniger oder da vielleicht irgendwann komplett rauszugehen nur das will man ja auch nicht man setzt ja wirklich nur auf e-autos oder wir haben nur die idee mehr wind und mehr solar oder zu bauen zwei prozent der ganzen fläche in deutschland und fahren sie jetzt mal mit offenen augen ich bin am wochenende von frankfurt nach nach schleswig-holstein hochgefahren der einzige bereich wo sich windräder drehen momentan ist an der küste und nicht irgendwo im inland ja und das verstehen grüne auch gar nicht dass ich davon so viel bauen kann wie ich will an solchen tagen wenn kein wind weht kann ich auch fünf milliarden windräder haben ich kann auch die ganze ganz deutschland mit solar zuflastern das bringt nun mal nichts lösungen hätten wir in der landwirtschaft wir haben biogasanlagen wir produzieren mit unseren aktuellen biogasanlagen zehn prozent des gesamten deutschen gasverbrauch es könnte mit wenig aufwand auf 20 prozent hoch 20 prozent des gesamten deutschen gasverbrauch man lässt sich gerade feiern dass man heute ich glaube heute ist sogar so dass man in willenshaven denn das erste lng terminal feierlich einweiht wo man nur drei prozent generieren möchte und welches gas kommt denn da an das ist ja auch der punkt gefragt das gas aus usa oder russisches gas was über china hierher kommt was ja trotzdem russisch ist aber wir das ist genau die agenda in der landwirtschaft hier wir sagen ja wir kaufen ja kein russisches gas kaufen doch nur halt über umwege und wird dann teurer und fahren das mit einem mega co2 fußabdruck hier rüber und allein schon das verflüssigen und wieder in anderer form bringen verbraucht so viel energie 20 prozent sind davon weg wir sind die verpuffen bei dem bei dem vorgang das interessiert uns alle nicht wir wollen es hier rein waschen und das gleiche leben wir in der landwirtschaft wenn man das wollen würde würde man auch andere energieträger setzen und wir haben alternativen mit biogas wir könnten dezentral energie erzeugen die franzosen machen das die franzosen haben wir was anlagen die muss man dann umstellen muss man umbauen dass man das ca4 also methan daraus produziert muss in deutschland rheinheitsgrad von 99 prozent haben bei uns reichen in frankreich reichen 97 prozent in polen 80 prozent das ist dieser ungleiche wettbewerb in der dd was ich vorhin ansprechen wollte da kann ich tausende beispiele nennen und die leiten das sofort direkt ins netz ein und wie gesagt wir könnten 20 prozent 20 prozent des gasverbrauchs sofort abdecken mit den jetzigen biogas anlagen nur herr habeck kommt auf eine idee er möchte ja momentan erscheint mode zu sein gewinn abschöpfen nur herr habeck möchte nicht bei uns die gewinner abschöpfen bei biogas anlagen sondern er möchte vom umsatz 90 prozent abschöpfen vom umsatz wohlgemerkt das ist wir wissen ja nur dass habe ich den ganzen unterschied zwischen gewinn und umsatz noch nicht ganz ich verstanden hat zwischen insolvenz und nicht insolvenz das hat er ja mehrfach bewiesen aber man möchte das wie gesagt deckeln man kriegt über die eg nehmen wir jetzt mal die zahl 20 cent an dann kommen drei cent obendrauf für eine kilowattstunde und herr habeck möchte alles darüber sofort abschöpfen das sind aber keine gewinne das ist ein umsatz weil sie müssen in der biogas anlage ja jeden tag daran arbeiten nicht anders als bei der solaranlage ich baue zu vielerweise heute gerade eine große hier die lassen sie 20 jahre laufen dann muss ich vielleicht mal kurz gewartet werden falls das kaputt geht ansonsten freuen sich dass die sonne scheint wie wird das biogas erzeugt über genau wie ihr was wird dann überzeugt erzeugt bei uns hauptsächlich landwirtschaft indem wir dort weiß zuckerrüben oder ähnliches abfall oder gülle reinfahren und es gibt auch anlagen die laufen halt komplett mit bei uns wären es abfälle in frankreich ist komplett anders bierträber wolke maisschlampe und also was kann man da rein durch vergärungsprozesse für den vergärungsprozess die bakterien produzieren dann halt das gas und man muss halt das gas reinkriegen über so eine membran grob gesagt über eine membran die pumpen sie dadurch dann entweicht das co2 und aufgrund dessen entsteht dann halt ch4 also dass das gas das reine gas was wir halt verfeuern und wie gesagt das ist dann dezentral das können wir alles machen aber sie sehen ja man fokussiert sich in deutschland wirklich nur auf diese beiden energieträger wind und solar ich habe nichts dagegen ist in ordnung nur muss es da einsetzen wo es funktioniert ich sage gerade an der küste ist nachweisbar solar funktioniert überall es gibt auch bereiche wo es besser ist aber es ist doch völlig irre dass man nur diese beiden energieträger und alle anderen ausklammert nehmen sie das beispiel in bayern wasserkraft nur aufgrund der csu hat man ja die kleinen anlagen noch in der förderung behalten können man wollte die neue regierung wollte die rausnehmen das ist doch vollkommen irre was ist das ist das die solar und windlobby oder was steckt da dahinter naja das ist schon ein fetter milliardenmarkt da machen wir uns mal nichts vor und ich will jetzt nicht zu sehr ins detail gehen aber schauen sie einfach mal wer in den ministerien drin sitzt ja die ist voll mit ngos quillen über das geht bei unserer außenministerin mit frau morgen los dann gehen sie mal weiter gucken sie mal bei frau schulze ist der flassbad vom nabu weil öztemir und bei frau lembke genau das gleiche das ist schon naja da muss man jetzt nicht unbedingt verschwörungstheoretiker sein und das vorzüglich schauen da müssen sie einfach nur unfallfrei bis 15 können und dann sehen sie was für eine agenda hingefahren das ist erschreckend und wer das kritisiert dann wie sie der wird sofort in die rechte ecke gestellt passiert bei ihnen ja auch ein tats artikel habe ich gelesen wo sie ja ja das ist schon ein bisschen älter das ist ja das versucht man ja heutzutage immer bleiben sie standhaft und dann irgendwann geben die nach aber dann suchen sie sich ein anderes opfer aber das ist das ist leider so wir haben keine ehrlichen debatten in deutschland wir wie gesagt ich habe es ja gerade versucht zu erklären wir landwirte sperren uns vor gar nichts wir sind diejenigen die mit erneuerbaren angefangen haben wo passiert denn das ganze das passiert auf unseren flächen ich kann ihnen landwirte sagen das sind energie wirte also windenergieanlagenbauer der ersten stunde und ich verstehe auch gar nicht ich habe ein e-auto gekauft ja ich bekenne mich habe neulich ein e-auto gelieft so und dann konnte ich meinen fahrzeugschein einsenden an irgendein start-up in berlin und ich habe gedacht was machen die damit ja sie kriegen 400 euro wenn sie das dann da einreichen okay weil die verkaufen co2 zertifikate ja aber das doch mein auto ich sehe ich aber so läuft es ja bei uns und das schauen sie mal hin wer alles co2 zertifikate verkaufen kann wer wer ist denn wirklich der echte klimaschützer das ist die land- und forstwirtschaft ich glaube in der stadt sehe ich keinen der das macht wer speichert denn co2 wer produziert denn sauerstoff das sind wir land und forstwirte die das machen meinen sie wir kriegen irgendwie dafür geld oder co2 zertifikate nein wir müssen uns als umweltschützer als umweltkiller als tierschänder als grundwasserversorger beschimpfen lassen und produzieren jeden tag die nachhaltigsten gesündesten lebensmittel so günstig wie es geht so nachhaltig wie es geht und trotzdem schlägt man die hand von denjenigen dieses land ernähren die 400 oder jetzt 80 jahre frieden so und das ist für mich als seiteneinsteiger der landwirtschaft überhaupt nicht nachvollziehen das problem ist einfach der land wird selbst das muss man uns auch mal oder müssen wir selbst angreifen wir waren 20 jahre einfach zu ruhig wir haben das hingenommen wir haben das wird das einfach umgesetzt als befehlsempfänger was politik von uns wollte und das war ein riesen fehler den wir gemacht haben aber wir wehren uns jetzt und das maß ist auch voll ich meine was überhaupt nicht diskutiert wird was meinen sie was wir für eine suizidrate in der landwirtschaft haben was meinen sie wie viele in ärztlicher behandlung sind was meinen sie wie viele landwirte mich anrufen weil ich inzwischen bekanntes gesicht bin die mir sagen herr lie tun sie mir bitte einen gefallen reden sie meiner tochter reden sie meinem sohn aus dass er den betrieb übernimmt wo sind wir denn angekommen in diesem land dass sowas gerade passiert dass man schulbücher schreibt wo ganz klar drin ist dass der landwirt böse ist der landwirt vergiftet die biene und sowas geht immer nach baden württemberg gucken sie schulbücher mal an es kann doch nicht sein dass unsere kinder in der schule momentan gemobbt werden du kommst ja von dem bösen bauern das ist doch hanebüchen ich habe die ganze welt bereist ich habe nach meiner bundeswehrzeit ein jahr die welt bereist das gibt es nur in deutschland sowas das ist unverschämt was hier läuft das machen wir auch nicht mehr mit wir werden uns die wenigen die wir jetzt sind wir werden uns weil und das versteht politik auch nicht wir sind mit dem nachgelagerten bereich der größte arbeitgeber in deutschland wir stellen die meisten arbeitsplätze na also wirklich vor der autoindustrie und ich sage sie müssen es im ländlichen raum mal gucken schauen sie mal wie viele betriebe zu gemacht haben stirbt der bauer stirbt das dorf und die ganze wertschöpfung die wir hier auf dem land generieren nicht nur wir wie gesagt der ganze nachgelagerte bereich alle handwerker die bei uns arbeiten ja die die sagen ja auch wenn ihr nicht mehr da seid die probleme wir sind wir sind echter mittelstand wenn wir weg sind ja da wollen wir gucken wie der ländliche raum aussieht aber auch wie gesagt wie dieses land dann aussieht werden wir uns dann immer mehr in abhängigkeit begeben sie haben jetzt gesagt in den niederlanden verstehen sie das motiv da geht es um land was kann das motiv in deutschland zeigen hypermoral ich glaube es ist eine mischung aus allem kann das natürlich alles nicht beweisen ich kann ja nur jetzt meine mein subjektives empfinden geben aber man braucht unsere flächen hier vor allem momentan ist so für freiflächen fotovoltaik das ist ja auch so ein unding an agro pv nennt sich das das heißt wir über überdachen unsere unsere besten ackerböden die auch bei uns in der region mit mit fotovoltaik und dann ist landwirtschaft vorbei da ist dann gar nichts mehr und statt wie erstmal alle dächer zu pflastern und von mir aus auch auf die autobahnen zu pflastern oder irgendwelche radwege zu pflastern nein man macht es jetzt gleich in der fläche und das gleiche gilt bei windenergie auch genau das gleiche also dafür braucht man schon mal die flächen dann ist es natürlich auch so eine wie soll ich das sagen ja immer die ganzen naturschutzverbände und sowas wir weisen ja immer mehr naturschutzgebiete aus machen wir schon seit jahren die haben wir noch nicht einmal evaluiert hat überhaupt dieses naturschutzgebiet irgendetwas gebracht weil dann wenn man das machen würde würde man feststellen ja das war jetzt doch nicht so doll weil wir in der landwirtschaft wir fördern ja auch artenvielfalt der eine oder andere mag ja sagen was spinnt er denn jetzt schon wieder aber ich bin jäger ich sehe das ich meine wir hatten vor 30 jahren wirklich problem einen rückgang von von hasen zum beispiel aber auch von rebhühnern fasan wir haben bei uns im revier einen massiven zuwachs weil wir auch als landwirte uns verändert haben wir haben viel weitere fruchtfolgen das heißt jedes jahr steht dort auf dem feld etwas anderes wir haben zwischenfrüchte dass im winter auch immer was drauf steht mit grünersung für das wild aber auch für die insektenvielfalt und also das will man anscheinend alles weg haben man muss auch ehrlicherweise sagen dass die ngos nabo und b und d sind übrigens auch die größten subventionsempfänger aus brüssel allein der nabo und b und d haben an die zehn millionen euro nur flächenprämie bekommen also subventionen für die für die landwirtschaft für die flächen die die haben ursprünglich soll das ja für die leute sein die da auf diesen flächen etwas produktives machen also nahrungsmittel produzieren aber ich kriege das ja hier ich bin ja nun auch hier in der kommunalpolitik unterwegs die kriegen ja teilweise flächen geschenkt also das ist ja absolut irre was hier gerade läuft und momentan ist es ja sogar so dass wir im osten relativ viel fläche haben die aus den alten lpgs rauskommt die werden vom staat momentan verschenkt an naturschutzverbänden das muss man sich mal vorstellen das kann man alles was ich hier sage das kann jeder recherchieren das stimmt und die kriegen dann geld aus brüssel dafür sehr wenig geld genau die kriegen dann die kriegen ja dann das geld was was uns hervor geworfen wird von mir aus und ich sage ich garantiere ihnen 99 prozent der landwirte würden das gleiche sagen behaltet euer geld behaltet euer geld wir wollen einfach nur von unserem erarbeiteten leben können mehr nicht ich meine sie müssen sich mal vorstellen wir gehen ja auf die straße jetzt nicht für eine bessere work life balance oder so was in der art wir gehen auf die straße um darum zu bitten den gesetzgeber dass wir arbeiten dürfen wo gibt es denn das heutzutage das ist ja irre wir wollen nicht zwei drei vier zehn prozent mehr lohn haben wir wollen einfach nur unsere existenz wir wollen eine eine sicherheit haben dass wir unseren kindern und deren kindern unsere flächen unsere höfe übergeben können und dass sie nachhaltig weiter bewirtschaftet werden ich kann das gar nicht glauben auf was für ein niveau wir hier gerade gerade reden und diskutieren das gibt sich garantieren ich kenne kein anderes land wo das so irre ist über uns holländer ist holland ist jetzt so ein sonderfall wie gesagt da gibt man den wenigstens das geld dafür bei uns wir sterben gerade wie die fliegen 2000 ich weiß nicht ob es im winter war ich muss noch mal sagen 2000 schweinemassbetriebe in einem jahr weg das müssen sich mal vorstellen was das heißt die landwirtschaft hat sich ja in letzten seit 1990 eh schon halbiert das ist vollkommen irre dann müssen wir uns einhören wir wollen ja die kleinen bäuerlichen strukturen stärken ja käse genau das gegenteil passiert doch gerade die sterben noch als erstes weg das ist lächerlich was ihnen ja es ist sehr traurig man ist fast sprachlos was bei mir selten vorkommt das ist wirklich abenteuerlich aber ihr betrieb der funktioniert im moment noch oder geht das ja aber das liegt ja auch da war meine frau in weiser voraussicht damals wo es die tiere abgeschafft hat und das nicht weitermachen wollte hätten wir unendlich viel geld in die hand nehmen müssen meine frau hat dann zweites und drittes standbein aufgemacht sie hat gastronomie wir haben also ein café bei uns auf dem hof im biergarten und haben jetzt sogar noch 2017 in ein hotel investiert und das läuft gut aber diese optionen haben nun mal nicht andere landwirte weil weil sie vielleicht in der falschen gegend wohnen genau das gleiche ist so hofläden oder so liefen wir in der corona zeit ist auch ganz gut das bricht auch gerade so wieder ziemlich stark ein weil ich sage ja der normale bürger draußen guckt jetzt halt dass er seine energiekosten zahlen kann oder alle anderen hohen kosten und das ist halt gerade total irre was hier läuft wir kommen klar um es so zu machen aber viele tun es halt nicht und dass das das tut einem richtig weh wenn man das sieht und wie leidensfähig die landwirte sind die schreien halt nicht wir haben kommentar ein ganz leises höfstern und das ist einfach das traurige das macht mir richtig angst und die gesetzes vorhaben ich habe eben nur so ein paar bruchteile erzählt wir mussten übrigens auch noch nicht nur die roten gebiete melden also die rundwasser sondern wir mussten vor drei monaten sensible gebiete melden an die eu und deutschland hat es mal wieder fertig gebracht nicht nur die nationalparks zu melden wie frankreich das gemacht hat die haben ihre 45 großen nationalparks gemeldet wir haben jedes landschaftsschutzgebiet artenschutzgebiet pogelschutzgebiet wasserschutzgebiet naturschutzgebiet gemeldet das heißt wir haben eine kulisse von halb deutschland und in diesen in diesen auf diesen flächen darf kein pflanzenschutzmittel eingesetzt werden so ist der plan von der eu und ich erwarte ich erwarte dass nicht nur die cdu sondern auch die spd und fdp sich vehement gegen diesen wahnsinn wehrt weil das wenn das so kommt wie er timmermans und das geplant haben dann haben wir fast 50 prozent der bundesrepublik deutschland kein einsatz mehr auch für biobetriebe müssen ja auch pflanzenschutzmittel einsetzen die letzten kupfer und zink ein gerade im weinbau essentiell aber auch für obst und gemüse wahnsinn ich meine wir haben bei obst und gemüse nur selbstversorgungsgrad in deutschland von unter 30 prozent wir waren 1990 autark in deutschland und da sind wir ganz weit von weg wir sind abhängiger als wir es jemals waren und das ist eine gefahr die wir überhaupt nicht sehen wir sehen ja immer nur die gefahr von strom gasknappheit und selbst da haben wir keine paraden lösung und natürlich auch aus ökologischen gesichtspunkten heraus ist es quatsch weil das muss ja transportiert werden das ganze dann kommen ja die früchte aus anderen ländern der vollkommen richtig aber ich verstehe gar nicht ob man muss man da einfach nur gesunden geist haben haben andere das nicht ich weiß es nicht ist doch ganz klar wenn ich einfach nur die probleme outsourcen die woanders dann viel schlechter gelöst werden ja uns wirft man ja auch als bundesrepublik deutschland vor dass wir an die zwei prozent co2 ausstoßen auf der welt wenn es so ist selbst wenn es so wäre sage ich mal so dann machen wir doch mit unseren produkten mit unserer wirtschaftsleistung unseren hohen standards wir haben machen wir es doch besser als anderes machen würden würden wir das nicht machen andere würden es auch einzeln machen wer der co2 ausstoß doch viel viel größer das einem vorzuwerfen der ist so nachhaltig macht wie es geht man kann immer besser werden das dauert jetzt gar nicht keiner wie gesagt versperrt sich von vor vor moderner technik ich meine allein in der zeit wo ich landwirtschaft machen in den zehn jahren haben wir einen energievortschritt einen technologischen fortschritt der ist wahnsinn der ist vom ich sag mal vom ersten handy zum iphone 14 aber eine hälfte der zeit allein wir in niedersachsen haben aufgrund von technischen möglichen 42 prozent stickstoffdünger einzusparen von 17 bis heute das ist doch eine leistung ich glaube wir sind auch der eins das einzige ministerium was momentan melden kann dass sie die co2 bilanz einhalten den ausstoß ist die landwirtschaft haben sie davon irgendwas gehört gar nichts sie mir könnte auch mal hingehen sagen hey meine bauern haben das geschafft wissen du nicht mit dem verkehrsministerium sowas in der art nichts gar nichts früher waren ja als letzte frage weil wir sind schon zu weit in der zeit früher waren ja die landwirtschaftsminister oft landwirte das ist jetzt nicht mehr so die kinder gärtner ja aber das ist ja der reizschluss das wissen sie ja auch ich meine ich mal ich finde das nicht was schlimm wie das bei der verteidigungsminister die ministerinnen die wir letzten jahre hatten ist doch alles irre der minister muss es nicht sein der minister könnte sich ja fachleute an rechte und linke seite holen dann wäre das ja gut aber bitte keine ideologisch verblendeten menschen die als staatssekretär oder hochrangige mitarbeiter da sitzen sondern wirklich leute aus ich sag mal von den unis holen oder so irgendwelche professorin oder irgendein general der dann da irgendwie sitzt bei dem verteidigungsminister oder ministerin und dann sagt du so ist es besser wenn wir es so machen weil ich kenne das ich weiß dass ich bin vom fach ich habe ahnung du nicht verkauf das politisch gut sie zu dass du mal wieder gewählt wirst da würde doch keiner was sagen aber momentan ist es halt komplett anders ja vielen dank ich musste während des gesamten interviews immer wieder an meinen freund hendrik m broder denken und an seinen ausspruch dass wenn deutschland überdacht wäre es eine geschlossene anstalt wäre leider kam mir das immer wieder in den sinn aber wir lachen noch das ist der geilen humor aber was bleibt ein übrig als zu lachen heute im interview anthony lee ist einer der führenden köpfe bei der bauern bewegung lsv mit bewegten lebenslauf früher schon polizist und bei der bundeswehr vielen herzlichen dank herr lee war mir eine große freude vielen dank fürs interview ganz meinerseits und vielen dank ihnen oder euch liebe zuschauer schön dass ihr wieder da wart bitte abonnieren like da lassen glocke unten anklicken dann kommt es immer kommentar oder irgendeine interaktion da wäre ich sehr dankbar alles gute danke und ciao danke nochmal ihnen herr lee ciao